hallo liebe leute was gesagt red ball wieder am start wir spielen heute mit ganz und natürlich wie ich heute ein video aufgeladen habe glaube ich ja es war heute ich weiß nicht ich will kurz meine köpfe dass ich lauter reden kann ich kann zum büriß noch Ok, also ich bin jetzt fertig, wir starten jetzt mit den Games und mit dem Video, also noch. Ich glaube, mein Name ist Mikey John, oh, f**k, tschüss, f**kin' up, ok. Ich bin immer bis neute oder so, aber ja, was soll man machen, man hat das neu angefangen. Uff, okay, dann gelangt nicht hier, soo, urbanaffiz, das war scheiß, man kann nur so los spielen, nicht du, aber es war, glaub ich, auch zu heftig, also was für scheiße, häng ich voll gut nur so los. Ich glaube, kann ich den Weg landet. Ich glaube, kann ich den Weg landet. Ich glaube, ich habe gerade, ich denke. Oh, das sind Bomben. Ich geh mal rein. Oh, ich habe einen gehört, glaub ich. Meine Rüstung ist besser. Drei Bomben haben wir, Leute. Da sind wir überhaupt ein Event da? Ich weiß nicht genau, aber egal. Komm, wir looten schnell. Ich weiß nicht, dass keiner bei mir gelandet ist. Puls for load. Oh, ein Sniper. Hier, die Obersucker. Nein, fuck, ich würde den Sniper nehmen. Oh, ja, ich habe den Sniper. Ja, ich habe den Sniper, der Sniper. Wir treffen uns gleich wieder. Ja, ich habe den Sniper auch gesehen. Ja. ich habe ich gekommen ist die durch gerade leise weil ich dachte ich habe einen gehört doch noch mal ich dachte ich sie sind Prozent eine Musik hier sind Koppel Lufbom ich bin ein kleines Hunde zu nachland kommen ich hab so gewusst ich bin zu dumm bestimmen er hat ja auch ein buch kann er von sich machen kommt ich muss mich doch ein bisschen aufwärmlichkeit aber ich bin die spiel auch geil wirklich ich bin der erste auf dem feld war doch nicht das ist der echte ich bin der schmerz ich bin der schmerz schocken ja für 60 so wieder super blablabla, komm, wir laden hier, ich fliege noch von irgendwo hin, gehen wir dahinten, oder, nein, ich weiß nicht, da, Porsche, viele, auch hier bei den Häusern, nein, ich weiß nicht, da, äh, what the fuck, can you and me help me, oh, ich kriege falsch an, oh, irre, hier bin ich, du kleine Karte, wie hat er mich hin, ich hab gar nichts, oh, hat er doch ein bisschen, ich hab gar nichts, ich hab gar nichts, oh mein Gott, ich bin so scheiße, scheiße, werbung, werbung ist so scheiße, komm, komm, jetzt hab ich, ich mach zwei Kills, ich hab sogar mit 13 Kills und so, jede Runde fast, ich bin schon so scheiße, weil ich glaub, der neue Update gemacht, dass, ähm, die Rüstung voll stark ist, ich weiß nicht, die Rüstung ist irgendwie voll stark geworden, man braucht, weiß nicht, 100 Schüsse hat das hier, umzubringen, oh, tanto de corno, depo, ich glaub zwar italienisch oder spanisch, ich bin italienisch, ich weiß das selber nicht, aber egal, komm wieder dahinten, ich mach jetzt das, oder so wie hier, ich weiß nicht, hier kommen viele, komm wieder, nein, hab Angst, ähm, völlig, ich weiß nicht genau, komm wieder, ich lande ein Tankstück, nein, die Runde wohnen, da klappt noch was, komm, wir landen einfach schnell, okay, der hat mich nicht gesehen, okay, 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 ein Kills, 1 Kills, 1 Kills, Oh, das ist ein Brunten. Hier ist es. Das ist ein Brunten. Ich weiß nicht, wo ich hingehe, aber ich gebe jetzt in die Sonne rein, dass ich wegen Sturm verliere, also ja, hoch und wenige Sturm kommt, oder stand auch kaum, ich weiß nicht. Ich gehe besser mal in die Wälder rein, nicht, dass ich mich dann so trifft. Jedoch. Die scheiß Bombe hat mir so viel Schaden gemacht. Zwei Bomben machen, also tot. Ja, ich hab drei, also, ja. Nice. Hier, ich weiß, was Besseres. Oh, ja, ich hab genau das Richtige genommen. Oh, vielleicht kann ich hier noch ein bisschen looten. Da ist ja mehr die. Da ist die Sonne. Schnell, da ist mehr die Hund. Das ist Muni. Was soll ich Muni holen? Ich kann da ja nicht Muni holen. Hab keine Waffe. Da gibt's hier keine Waffen. Was ist das für ein Wort? Oh, da gibt's keine Waffen. Das ist eine Waffe, glaub ich, ja. Schnell, du bist da. Oh, da ist eine Waffe. Nein, ist keine Waffe. Fick. Was ist das? Ich dachte das war eine Waffe. Po, nicht so warm schwitzen. Oh, hat da viel eine Bessere Spitzhacke. Das heißt gar nicht. Tschö, wie stark ist die? Da ist noch einmal die. Entschuldige, schnell, Entschuldige, Entschuldige. Keine Ahnung, da ist noch einmal die geht. Ein bisschen der Sturm innen. So, nein, das ist einfach Sonne. Wie langsam ist die Sturm? Ich muss so aufpassen. Ah, jetzt ist die Sonne. Drei Medis und drei Bomben. Ich hab keine Waffen. Das klingt mal falsch an. Immer noch können muss, ne? Ich hab keine Waffen. Endlich. Honosexius. Ich hab doch gebaut, die Bomben machen bei ihnen gar nichts, ich will gucken, wieviel leben, der hat dieser Bastel. Kann man nicht gucken, ey. Ey, Leute, was soll ich sagen? Das war mit dem Video, natürlich müsst ihr liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Leider kann ich jeder keinen epischen machen, ich find halt zu schlecht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.